Wir sind... Der Beast! Und wir sind dieses Jahr zusammen. Und zwar, wir kommen von Köln. Und... Das sind ja heute Geburtstag. Ich bin heute 16. Ich kann heute mein erstes legales Bier trinken. Für den Auftritt zu haben, versprechen wir uns. Wir haben natürlich Erfahrungen zu sammeln. Ganz viel Spass. Bei uns steht der Spass im Vordergrund. Musik Unser Traum... Ja... Es ist einfach, weiterhin Musik zu machen. Ja, so wie Traum ich es habe. Früher ist es jedes Mal gesehen, so auf dem Weg und so. Ja... Ja... Musik 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 Wir sind Poison Frog von Schöftle. Wir spielen jetzt in dieser Konstellation seit drei Jahren zusammen. Vorher haben wir noch ein Jahr etwas anders in einer anderen Konstellation zusammen gespielt. Musik 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 Wir erwarten von diesem Auftritt, dass wir natürlich Ersten werden. Und das wäre gut abschneiden, mindestens. Wenn wir nicht Ersten werden. Musik 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 Unsere Ziele sind sicher, besser zu werden und auch gute eigene Lieder zu schreiben. Musik und zusammen zu machen. Und auch einen eigenen Style. Also, ja, etwas haben, was wir uns damit identifizieren können. Wir sind Crusher, wir kommen von Urkheim, wir sind seit dem Januar 08 in dieser Formation. Wir haben vorher schon in einer Dreier-Formation gespielt und wir haben dann noch einen Schlafzüge gebraucht und es wäre der Andi, das ist dann dazukommen. Wir haben ganz klar gewonnen, also wir sind dann gekommen zum Gewinnen. Der Auftritt bringt uns vor allem Bekanntschaft, also wenn unsere Bekanntschaft recht steigen können, unseren Namen ein bisschen aufbereiten. Und ihr Konzert gibt halt, wie sage ich, commotion. Unser grosser Traum, unser Ziel ist sicher, unser erstes grosses Album aufzunehmen und immer und immer mehr Konzerte spielen. An Open Air. Wir sind Torment of Hate. Unser Bandraum ist in Druck, in Piccadilly. Michel und ich spielen seit eineinhalb Jahren zusammen und Florian ist seit etwa zwei Monaten dabei. Aus dem Auftritt hoffen wir uns erstens mal das Publikum einfach animieren zum Mitmachen, dass etwas los ist. Und ja, das können wir halt ja geil. Unsere Träume sind, wir wollen sicher mal am Open Air spielen, so wie Mountain Soft F. Es muss nicht als Headliner sein, einfach zu spielen und unsere Musik auch anderen Menschen zu zeigen, dass sie sich hören können und uns freuen können. Wir heissen Relicade Plug Sockets, kommen aus Reinfelder-Kaiser-Augst und uns gibt es in dieser Formation schon seit einem Jahr. Wir erhoffen uns Connections, aber auch, dass wir gut abgeschnitten sind beim Publikum, damit wir unseren Fankreis erweitern können. Und der Sieg. Und der Sieg wäre auch nicht schlecht. Natürlich ist es auch ein Fortschritt unserer Erfahrung und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir einfach in der Erfahrung weitergekommen sind. Ich denke, dass Sie sicher mal eine CD aufnehmen, sein Album und ganz, 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 ganz viel Konzert spielen. Wir sind alle zusammen, wir sind John Caroline, ich bin Julian. Ich bin Lorenz. Ich bin Nico. Ich bin Misha. Ich bin Roger. Und uns gibt es ungefähr UNO Jahre. Jetzt ab, 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 was haben wir denn? Ab gesehen. Ab gesehen. Ab gesehen davon von Ihnen. Eigentlich seit zwei Wochen, ich weiss. Ab gesehen, wie ich mich auch. Jetzt. Und jetzt. Eines. Ab, ab. Ab. Und jetzt. Ab. thee. Ich bin drübe. Ab. Ab. Deine Auftritt hoffen wir, dass wir uns natürlich gewinnen. Darum sollen wir hinzukommen. Aber es geht natürlich einfach darum, dass unser Name in Erinnerung bleibt. Wir machen viele so Sachen, wir machen Strassemusik, damit man den Namen John Caroline kennt. Wir lieben Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen. Darum nützen wir die Chance, dass wir in Bühne gehen können. Wir kommen jetzt zum spannendsten Teil des heutigen Abends. Wir kommen zurück zu dem Punkt, wo wir alle darauf gewartet haben. Hier wäre also der heissbegehrte Pokal, den es heute gibt. Und warum sich die sechs Finalisten gespielt und gesungen haben. Der Sieger vom Bendix Aargau 2009 ist... ...ich... ...don't get it! Wir kommen zum nächsten Mal an. Ver